Du kommst aus einem narzisstischen Elternhaus, ganz egal ob Vater oder Mutter oder du hast ein Kind mit einem Narzissten und willst dir jetzt das Beste für dein Kind, was natürlich logisch ist als Elternteil, weil du bist kein Narzisst oder du bist in einer Langzeitbeziehung mit einem Narzissten gewesen, dann wird dieses Video heute spannend für dich. Dann rate ich dir heute wirklich, dir jetzt Me-Time zu nehmen, dich irgendwo hinzusetzen, mach dir einen Kaffee, bei der Hitze am besten einen Eiskaffee und hör mir einfach nur zu. Es ist wirklich wichtig. Ich habe mit diesem Kanal mittlerweile fast 4000 Abonnenten. Ein riesen Dankeschön an euch und genau deswegen habe ich jetzt ein gewisses Publikum, wo ich eine wichtige Message, eine Herzensangelegenheit für mich selber ansprechen kann. Ich bin selber Betroffener, ich hatte einen narzisstischen Vater und habe jetzt erst mit 35, ich bin nicht 35, ich sage immer, ich bin Mitte 30, das ist gut für euch, das passt. Mit Mitte 30 habe ich Sachen endlich kapiert für mich und verarbeitet und kann erst jetzt mein Leben so leben, wie ich es gerne leben würde. Ab jetzt kann ich frei sein, aber erst ab jetzt. Das heißt, wenn ich das mit 14 oder mit 16 schon gewusst hätte und da kommt dann das Appell am Schluss von dieser Folge an dich, was du mit deinem Kind machen sollst, damit es nicht diese Sachen so durchleben muss wie ich, das kommt dann ganz am Schluss. Das ist die wichtigste Message, die ich hier auf diesem Kanal gesagt habe bis jetzt. Da ist jede toxische Beziehung, die ich bis jetzt hatte, ist Pustekuchen dagegen. Weil es sind wirklich schwerwiegende Sachen und es gibt natürlich immer Leute, die es schwerer betrifft. Und ich verstehe euch alle, aber dein Gedanken, dein Kopf, deine mentale Gesundheit, wenn die einen großen Schaden hat, dann wäre ich lieber der Typ, der im Busch ist, kein Geld hat, schauen muss, wie er jeden Tag was zu essen kriegt, aber im Herzen glücklich ist. Dann wäre ich lieber der als ein kaputter Typ in einer westlichen Welt, der erst im Mittelalter quasi mit Mitte 30 Sachen erfährt. Ich habe zum narzisstischen Vater schon drei, vier Teile auf diesem Kanal. Das heißt, schau auch da gerne rein. Für alle anderen erkläre ich es nochmal kurz. Ein narzisstischer Vater oder die narzisstische Mutter ist zu vergleichen, weil sie im Grunde, im Kern die gleiche Person sind wie dein Partner. Es ist wie Familie und sie haben alle die gleichen Muster. Das heißt, du wirst als Kind schon nur auf Leistung getrimmt. Du musst immer besser werden als die anderen. Du darfst kein Kind sein. Du darfst nicht spielen. Du darfst dich nicht freuen. Du kriegst keine Erfolgserlebnisse. Wenn du gut bist, dann kriegst du weitere Lernsachen. Und somit sträubst du dich innerlich dagegen. Und wenn dir jemand nur durch Druck die ganze Zeit erklären will, mach was, mach was, mach was, aber gleichzeitig auch erklärt, du wirst nie so gut sein wie ich. Du wirst nie das erreichen wie ich. Du wirst es eh nicht schaffen. Du hast es in der Vergangenheit schon nicht. Dann wirst du es auch in Zukunft nicht schaffen. Ein Dreier ist eine schlechte Note. Was machst du dann als Kind? Du hast das Leben noch nicht kapiert. Du bist trotzig. Du stellst dich quer. Und letztendlich sitzt du dann da, hast am Ende vielleicht gar keinen Abschluss und hast die ganze Schulkarriere in den Sand gesetzt wegen deinem Vater oder deiner Mutter oder im allerschlimmsten Fall beides. Es gibt natürlich auch toxische Geschwister. Da habe ich jetzt zum Glück kein Beispiel dafür. Also in meinem Leben. Das finde ich mal sehr, sehr gut. Aber wenn du einen Vater hast, und in meinem Fall war es ein cholerischer, narzisstischer, ich würde schon fast sagen psychopathischer, Deutsch hoch 10 Mensch, der absolut narzisstisch war. Seine Frau in der Hinsicht ist heute noch bei ihm und die ist in diesem Traumaband gefangen, aber sie kennt es halt auch, seitdem es war ihre erste Beziehung. Sie kennt es nur so, sie kommt selber aus einem ähnlichen Elternhaus und dann kann ich das verstehen, dass es für sie die neue Normalität ist. Genauso wie für dich, wenn du aus dem Elternhaus kommst, was narzisstisch ist, dann ziehst du solche Leute auch mehr an, weil du diese Art von, in Anführungszeichen, Liebe nur so kennst. Für dich ist strenge Liebe. Weißt du? Du schaust dir andere Familien an und denkst dir, wow, das hätte ich auch so gerne. Da sitzt der Vater und die Mutter im Garten und spielen mit ihren Kindern, haben vielleicht einen Wasserschlauch oder eine Wasserpistole oder irgendwas. Die dürfen einfach Kind sein. Sie haben ihr kleines Klettergerüst oder eine Rutsche oder eine Schaukel, irgendwas. Vielleicht hat das Kind einen Hamster oder eine Katze und du läufst als Sechsjähriger schon neidisch vorbei und denkst dir, meine Welt sieht anders aus. Meine Welt ist jetzt schon von melancholischer Musik geprägt, von im Gedankensein, im Durchdenken, im Nicht-in-Umsetzung-Kommen, im Nicht-Dazupassen, das Gefühl zu haben, du bist nichts wert, du passt nicht dazu, du entsprichst nicht der Norm, du kannst gar nichts, du brauchst gar nichts erst anpacken, weil du es sowieso in den Sand setzen willst. Diese Sachen wurden im frühen Alter schon in deinen Kopf reingepflanzt und mittlerweile wächst ein ganzer Baum an Selbstzweifel in dir. Ich habe diese Metapher schon oft verwendet, aber sie passt ganz gut, weil je älter du wirst, du weißt, wie lang Bäume brauchen, bis sie wachsen und wie alt solche Bäume werden und dann wird es immer schwerer, die dann noch wirklich wegzukriegen, ohne dass nicht ein neuer Nachwächs, der Selbstzweifel, weil der Selbstzweifel übernimmt in diesem frühen Alter schon deinen Kopf, deinen Gedanken, alles, was dich ausmacht. Und da will ich dich auf keinen Fall sehen und deswegen will ich dir heute erklären, wie es weitergehen kann. Aber ich will erst noch weiter ausholen. Als Kind bist du dann immer schon drauf, also es zieht sich zum Beispiel bei mir bis heute so, also ich bin jetzt mittlerweile weiter, aber bis vor einem Jahr oder so, dass ich nie in die Umsetzung gekommen bin, dass ich mich nie außerhalb meiner Komfortzone bewegt habe, dass ich meine ganzen Träume und alles links liegen gelassen habe. Ich hatte einen Erfolgsdruck, ich hatte nervöses Schwitzen, wenn ich mit Vorgesessen geredet habe, ich habe die einfachsten Sachen, kriege ich nicht hin, wenn mir jemand zusieht, weil dann kommt dieser unterbewusste Druck, dann kannst du nicht mal normal ein Wasserglas einschenken oder so, weil dir irgendwer über die Schulter schaut und dann könnte dir wieder irgendwer beim Versagen zu sehen. Du musst bloß kapieren für dich selber, diese Person, auch wenn es dein Vater ist oder auch wenn es deine Mutter ist, ist innerlich ein kleines, armes, verletztes Wesen, genauso wie dein toxischer Partner. Und deswegen will er dich da platzieren, mit Absicht, damit er durch deine Energie lernt und aufsteigt. Ein Kind in dem Alter realisiert noch gar nicht, was los ist. Wie gesagt, für das Kind ist das das neue Normal, dass du einfach nichts bist und dass dein Vater grandios ist und du wirst da nie hinkommen. Das ist bescheuert. Warum sollte dein eigener Erzeuger so gegen dich vorgehen? Aber er hat keine Wahl. Er hat eine Persönlichkeitsstörung, ihm fehlt da was. Er hat vielleicht noch zusätzlich eine kurze Zündschnur, ist cholerisch, ist schnell launisch. Du kriegst auch hier für alles Mögliche einen Wut- und Tobsuchtsanfall, wo du gar nichts gemacht hast. Du wirst hier als Kind schon versucht haben, irgendwo Verstecke zu bauen. Und ich habe das im letzten Video schon erklärt, wo du als Kind halt einfach fünf, sechs Schachteln nimmst, eine Decke drüber und dann bist du da für dich oder du versteckst dich unter der Couch, hinter der Couch, in irgendeinem Speicher. Du ziehst dich gerne zurück. Du wirst introvertiert. Du kommst aus deinem Schneckenhaus nicht mehr raus. Du bist in der Schule der Komische, weil dich jeder anschaut und du bist in deinen Gedanken, während die anderen schon halt überlegen, hey, mit den Mädels könnte langsam mal was laufen. So ungefähr bist du immer noch der Typ, der im Pausenhof lieber sich versteckt und in seinem Gedanken ist und nicht weiß, was mit seinem Leben ist. Ist das das Leben? Ist es überhaupt lebenswert? Du wirst im frühen Alter schon leicht depressiv, schon auf und abs haben, launisch. Und das macht halt in deinem Alter noch viel, viel mehr mit dir, weil du bist da in der Entwicklungsphase. Du bist da in der Lern- und Aufwachsphase. Du wirst zu einem jungen Erwachsenen langsam. Aber davor sollte ein Kind jetzt nicht mit Sandhandschulen angefasst werden, aber liebevolle Strenge ist in Ordnung. Lernen und dafür ein Erfolgserlebnis kriegen, zum Beispiel eine halbe Stunde Fernschauen oder je nachdem, was heutzutage die Eltern so machen. Ich habe kein Kind und ich habe mir auch durch meinen Vater echt lange überlegt, ob ich überhaupt ein Kind will und bin auch heute noch nicht ganz zu einer Entscheidung gekommen, weil ich halt auf keinen Fall irgendwas weitertragen will und ich sehe auch in der heutigen Zeit, wo beide Berufsteile, Vater und Mutter, beide arbeiten müssen, um klar zu kommen, werden Kinder auch oft vernachlässigt. Hier musst du dir auch überlegen, passt ein Hund überhaupt in meinen Alltag und wenn der schon nicht reinpasst, dann hol dir auf keinen Fall noch ein Kind, wenn du jetzt alleinerziehend bist und dein Kind gehört vielleicht alle 14 Tage mal durch einen Sorgerechtsstreit oder so zu deinem Vater oder zur Mutter, also ihr wohnt nicht zusammen. Es sollte so sein, weil wenn du mit deinem toxischen, narzisstischen Pater zusammenlebst und das Kind auch, in welcher Position seid ihr dann zu zweit? Verstehst du, was ich damit meine? In der Regel bist du dann getrennt und ich lese es auch oft in den Kommentaren und jeder fragt mich dann, was mache ich jetzt in der Situation? Mein Appell hier an dich, ganz besonders, wenn du ein Kind mit einem Narzissten hast oder einer Narzisstin, dann bitte, sei du der positive Gegenpol zu deinem Partner, zu deiner Ex, zu deinem Exfreund. Du musst für das Kind der Gute sein. Bei dir muss das Kind, darf das Kind Kind sein. Hier darf gespielt werden. Hier darf auch mal Schwachsinn geredet werden. Hier darf Spaß gehabt werden. Hier gibt es keinen klaren, strikten Zeitplan. Mein Vater war in der Hinsicht immer so, ja, wir fahren jetzt 14 Tage in Urlaub und am Montag passiert das. Um 14 Uhr mache ich dann mein Schläfchen, genau für 59 Minuten. Dann rühre ich meinen Kaffee dreimal nach links und dreimal nach rechts um. Und ja, das habe ich früher immer als Deutsch hoch 10 betitelt, aber so exakt und so überpünktlich und immer auf, ja, ich weiß auch nicht, kann ich gar nicht beschreiben, sowas. Aber es hat Züge, was völlig bescheuert ist. Es ist ein Zwang, eine Zwangssteuerung und auch hier wird das Kind schon weitestgehend fremdgesteuert. Also mein Appell ist, sobald dein Kind weiß, sobald es die Welt kapiert hat, na gut, die Welt haben wir alle nicht kapiert und die werden wir auch nie kapieren. Es gibt einfach zu viele Fragen, die uns kein Mensch beantworten kann. Ich bin auch der Meinung, dass wir auf der Welt hier nicht, wir können schon viel, viel weiter sein, wenn wir nicht die ganze Zeit in alte Muster zurückfallen würden. Allgemein, egal, da will ich jetzt nicht drauf raus. Wenn dein Kind in dem Alter ist, wo du mit ihm reden kannst, wo du dich mit ihm an einen Tisch setzen kannst, wo du von Angesicht zu Angesicht reden kannst und du weißt, er kapiert es, dann erklär ihm die Sache. Du musst ihm diese Sache erklären. Und da hilft jetzt nicht, ich schick dem einfach den YouTube-Kanal von mir und der wird es schon kapieren. Nein. Es war ja auch bei dir in der Beziehung so, dass wenn du es Leuten erklärt hast, hat es keiner verstanden, weil es keiner weiß. Aber du bist ja jetzt hier auf meinem Kanal, du weißt jetzt, wie solche Leute agieren, du weißt jetzt die Schäden davon und du weißt, was passieren wird. Diese Leute haben ein klares Drehbuch und das musst du diesem Kind erklären. Aber nicht, stell ihm bitte die Wahl selber, ob er mit seiner toxischen Mutter, toxischen Vater weiterhin Kontakt haben will oder nicht. Ich bin damals, ohne es zu wissen, mit zwölf über Nacht abgehauen für acht Jahre. Was danach passiert ist, ist eine längere Geschichte. Aber mit zwölf, ohne es zu wissen, habe ich schon realisiert, dass diese Person nicht gut für mich ist und der Schaden hat sich dann 18 Jahre, mindestens 20 Jahre mindestens weitergezogen. Also, du sitzt mit deinem Kind jetzt hier und erklärst ihm, was los ist. Du erklärst ihm, dass du selber da nicht rauskommst, warum du selber keinen Kontakt mit dieser Person suchst, warum du selber nicht mehr viel teilst beziehungsweise die Greyrock-Methode anwendest und warne ihm vor all das, was er machen kann. Du musst deinem Kind ganz klar vermitteln, dass er sehr wohl was wert ist, dass er sehr wohl auch mal scheitern kann, dass er auch mal verlieren kann, weil es ist doch auch viel schöner als Kind oder in der Phase als Jugendlicher, wenn du durch Try and Error einfach aufwächst, wenn du was versuchst und es haut nicht hin und du stehst auf und probierst es wieder. Aber wenn du irgendwas nicht schaffst und dann wirst du gefühlt ein Jahr lang daran erinnert, wie du damals gescheitert bist, dann wirst du diese Sache und ganz viele andere Sachen nie wieder angehen. Dann wirst du auch so gewisse Sachen nie lernen und kapieren, weil dann bist du immer in deinem Gedankenkarussell. Und wenn es im frühen Alter schon ist, Junge, dann ist eine Depression vorprogrammiert, dann kann alles Mögliche bei dir diagnostiziert werden, weil dein Mindset einfach in diesem Alter schon so umprogrammiert ist. Auch die dauernde Streit zwischen Vater und Mutter, das macht so viel mit einem Kind aus, das ist dir gar nicht bewusst in der Hinsicht. Und somit bitte erklär deinem Sohn, was los ist oder deiner Tochter und sei du die gute Seite. Du bist natürlich auch erziehungsberechtigt, du musst natürlich auch mal durchgreifen, wenn irgendwas gar nicht geht. Halt ihn natürlich vor den Drogenferen, was auch immer. Aber du bist die gute Seite. Und vielleicht macht ihr auch mal, vielleicht raucht ihr auch gemeinsam eine und dann merkt ihr, oh, das ist ja echt ekelhaft oder, weißt du, ich meine so typische Vater-Sachen. Ich hatte dann das große Glück, dass ich den Ersatz durch meinen Vater in meinem Opa gefunden habe, der mehr als ein Vater für mich war. Ja, ich sage immer, ich habe keinen Vater und für mich habe ich auch keinen. Das passt auch so. Ich hatte einen wunderbaren Opa und weitere Symptome gibt es natürlich immer mehr. Was ich heute zum Beispiel, und ich lerne durch euch, durch diesen Kanal, verarbeite ich die Vater-Sachen momentan, weil ich dieses Thema drin habe. Ich denke im Leben nicht mehr an meine toxische Ex, auch wenn ich darüber rede, mir ist die völlig egal. Wichtig ist, dass ich euch weiterhelfen kann. Deswegen bin ich hier, du wirst dein Leben, bis du es kapiert hast, wirst du meinen, du gehörst nirgendwo dazu, du passt nicht rein, du bist außerhalb der Norm. Ja, und damals warst du am Schulhof schon der komische, somit wirst du auch keinen krass großen Freundeskreis haben. Ich habe jetzt auch keinen großen Freundeskreis, aber einen guten. Und das ist auch so viel wert. Man kann auch selber mal aussortieren, was einem gut tut und was einem schlecht tut. Aber du bist, also was ich neulich erst erfahren habe, dieses ständige, du bist es gewohnt, dass dein Vater oder deine Mutter nichts mag. Dass nur ihr eigener Weg gut ist. Weil sie haben ja diesen Gotteskomplex. Alles, was er anpackt oder was sie anpackt, das ist gut. Und nur das und ausschließlich das. Und diese Lügen, die sie sich selber die ganze Zeit erklären, um ihre Scheinwelt aufrechtzuerhalten, werden halt irgendwann wahr. Dann glaubt der Narzisst irgendwann seine eigenen Lügen komplett selber. Und da findest du dich dann, weil du bist ja selber, dir wurde es ja so erklärt. Die werden ja alle an dich weitergegeben. Und da alles, was ein bisschen der Norm abweicht von diesem Vater oder von dieser Mutter gleich mit Wutanfällen oder alles mögliche einherkommt, bin ich heute noch sogar so weit, dass ich wirklich teilweise ein bisschen Respekt habe vor der Antwort, was ich jetzt kriege. Und das ist bei ganz normalen Sachen so. Wenn ich sage, ja du, ich herrge die und die Band ganz gern und dann, ach nee, mag ich überhaupt nicht und wir hatten so einen Mist. Und schon kriege ich wieder so einen leichten Schweißausbruch, weil ich mir denke, oh, jetzt hab ich schon wieder irgendwas. Aber ich finde das ja gut. Das ist ja meine Sache so. Aber weißt du, es ist aber völlig egal. Die heutige Welt, also ich meine halt, also in der, jetzt komme ich wieder ins Stottern. Bei den narzisstischen Eltern gibt es halt nur gut und schlecht und in der heutigen Welt gibt es nur noch gut und schlecht, rechts und links, gut und böse. Es gibt eins oder zwei. Es gibt keinen mittendrin mehr. Es gibt keine Mitte mehr drin. Aber das hat früher schon dein ganzes Leben bestimmt, weil entweder mag er das oder er hasst es. Da gibt es kein, ja, in meinem Fall ist es nicht, aber der findet es vielleicht gut. Sowas gibt es nicht. Und deswegen gibt es für dich auch nur noch heiß oder kalt oder gut oder schlecht. Und sowas solltest du dir nicht angewohnen. Auch einfach mal einen drauf geben, was andere davon denken. Oder einfach mal Dinge sein lassen. Du musst dir auch nicht über alles eine Meinung bilden. Diese Personen aber schon. Du kannst dich dann halt auch schlecht fühlen, weil du, dein Lebensinhalt ist vielleicht, du schaubst gerne Autos, du hörst gerne Rock'n'Roll und du schaust gerne Anime-Filme. Einfach irgendwas. Und wenn dein Gegenüber alles drei schlecht findet, ist es sofort raus. Aber das ist dieser Schaden, den du dadurch mitnimmst. Die Meinung von anderen ist dir dann wichtig. Und du weißt ganz genau, es gibt jetzt nur noch Ja oder Nein. Deswegen fragst du auch viel nicht mehr. Du ziehst dich immer mehr zurück. Du bist gern introvertiert. Ich finde das Gute, was ich daraus nehmen kann, ist, dass ich selber gut mit mir selber klarkommen kann. Ich fahre auch gerne alleine in Urlaub. Aber ja, da kommt nochmal ein eigenes Video, warum heutzutage jeder irgendwie sich mehr zurückzieht und gerne alleine ist. Wenn euch das interessiert, also dieses Thema Durchdenken, alleine sein, das Gefühl nicht dazu zu gehören. Wenn das ein Thema für euch wäre, schreibt es mir drunter. Daran würde ich dann zeitnah arbeiten. Das würde mich selber interessieren. Wer noch mehr zum narzisstischen Vater haben will und was alles einherkommen kann. Das Video wird jetzt schon viel zu lang. Deswegen mache ich an dieser Stelle Schluss. Wen es interessiert, ich habe auch ein paar, Michael, glaube ich, und Klaus, die wollten das Thema haben. Und ich habe gesagt, es kann lange werden, aber die Aufmerksamkeitsspanne in der heutigen Zeit ist jetzt schon seit zwölf Minuten überschritten. Das heißt, für heute sind wir raus und folgt weiter meinem Weg und ich helfe euch auf eurem Weg und da sind wir gemeinsam besser, als wir noch vor ein paar Jahren da gestanden sind. Bis dann und macht's gut. Peace.